archaischer torso apollos wir kannten nicht sein unerhörtes haupt darin die augenäpfel reiften aber sein torso glüht noch wie ein kandelaber in dem sein schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt sonst könnte nicht der bug der brust dich blenden und im leisen drehen der lenden könnte nicht ein lächeln gehen zu jener mitte die die zeugung trug sonst stünde dieser stein entstellt und kurz unter der schultern durchsichtigem sturz und flimmerte nicht so wie raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen rändern aus wie ein stern denn da ist keine stelle die dich nicht sieht du mußt dein leben ändern wer dieses gedicht auseinander nimmt wird für immer ein sicheres gefühl dafür behalten was ein engement ein zeilensprung ist entscheidend ist nicht daß ein satz mit einem vers noch nicht zu ende ist sondern daß daß er in der mitte des nächsten verses endet und entsprechend in dieser mitte beginnt die neue sinneinheit wenn man dieses gedicht nur hört merkt man vor lauter engement kaum noch etwas davon daß es ein sonnet ist wir kannten nicht sein unerhörtes haupt darin die augenäpfel reiften wir haben es hier mit einem torso zu tun also rumpf mit angefangenen gliedmaßen der rest brach ab als die statue verschüttet wurde und ist verloren es ist übrigens kein klares vorbild für dieses gedicht bekannt es gibt keinen solchen torso den man als überrest einer darstellung des gottes apoll identifizieren kann und auf den sich rilke hätte beziehen können oder er hat irrtümlich einen solchen torso für eine darstellung apolls gehalten man hat aber fast den eindruck als wenn er dem bildhauer august rodin nacheifert bei dem er sich in paris aufhielt und einen solchen torso in worten erst erschafft aber sein torso glüht noch wie ein kandelaber in dem sein schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt mit einem mehrarmigen kerzenständer vergleicht er den torso als wenn das was jetzt fehlt an ihm geleuchtet haben muß aber dieses leuchten ist zurückgeschraubt das was die ausstrahlung des dargestellten apoll ausgemacht hatte zog sich in diesen torso zurück und ist in ihm erhalten denn sonst könnte nicht der bug der brust dich blenden und im leisen drehen der lenden könnte nicht ein lächeln gehen zu jener mitte die die zeugung trug diese mitte die die zeugung trug das geschlechtsteil ist offenbar auch verloren was der torso abgeklärt lächelnd hinzunehmen scheint der binnenreim blenden lenden ist hier auffälliger als die endreime was noch von bedeutung sein wird sonst stünde dieser stein entstellt und kurz unter der schultern durchsichtigem sturz und flimmerte nicht so wie raubtierfelle denn der abgeschlagene kopf die verlorenen gliedmaßen sind doch eigentlich eine entstellung es waren aber viele statuen aus der antike so überliefert und der torso ist damit als erscheinung so vertraut geworden daß man torsi als eigene gattung in der bildhauerei schuf und bräche nicht aus allen seinen rändern aus wie ein stern wieder und wieder fasziniert das strahlen das leuchten das blenden das flimmern diese ausstrahlung des gottes der künste auch der dichtkunst sozusagen also rilkes hausgott denn da ist keine stelle die dich nicht sieht der ganze torso ist also gewissermaßen das göttliche auge du mußt dein leben ändern diese unerwartete wuchtige aussage am schluß wird nicht nur vom letzten reim wort beherrscht sondern setzt dazu gewissermaßen auch noch den vorher erklungenen binnenreim blenden lenden fort bloß warum soll man sein leben ändern es ist wohl das künstlerleben gemeint der göttliche blick ab holz ist gewissermaßen das künstlerische gewissen und dieses sagt einem eigentlich täglich du mußt dein leben ändern jedes kunstwerk gilt es so zu beginnen als wenn man noch nie im leben etwas zufriedenstellendes erreicht hat und man nun sein erstes meisterwerk vollbringt aber mußt deswegen jeder andere auch sein leben ändern es bleibt immerhin jedem selbst überlassen sein leben so zu leben als ob der persönliche hausgott des gelungenen lebens einen ständig sieht in der Regel Vielen Dank.